Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdoms Reborn. Während wir Steinstraßen erforschen, versuche ich jetzt einfach mal. Okay, das ist ein bisschen doof, weil ich das hier erst rauspacken muss. Und dann packe ich hier einfach mal drei Galieren rein. Oder zwei Knights. Und drei Galieren. So. Okay, Reinforced. Wenn ich jetzt sage Reinforced. Okay, die Bogenschützen haben... Okay, das macht Damage, aber... Macht der mir mehr Damage oder mache ich ihm mehr Damage? Okay, die Galieren machen auf jeden Fall... Oh mein Gott, das ist ein Ding gestorben gerade. Okay, es sind 53 jetzt nur noch. Bauern. Okay. Hat die Milizia da. Okay, ich brauche glaube ich mehr Einheiten dafür. Kann ich nochmal ein Katapult oder sowas machen? Sachen verkaufen. Ne, erst Passion Buch. Ich mache einfach nochmal ne Galiere. Nochmal so ein und nochmal... Ne, komm, Neid nicht. Card remove. Okay, ich habe schon nochmal was verloren. Okay, da brauche ich viel mehr Einheiten für ihr, habe ich so das Gefühl. Okay, Army HP ist natürlich... Oh, what? Oh mein Gott. Einfach komplett useless, das Katapult. Ja, Archer ist wahrscheinlich auch komplett useless. Oh, wow. 3.000 nochmal. Kann ich nochmal einen... Ja, ich kann nochmal ne Navy bauen. Holy shit. Das hat auch 49.000 HP. Noch ne Galiere rein. Da war ich einfach nur mit Galieren hier vom Wasser aus. Ich weiß gar nicht, wie die zurück attacken können. Ich muss noch viel mehr Range haben. Wow. Ich glaube, der hält noch einen Hit aus. Na, Distance from Capital. Wow. Oh, das war ne Galiere. Das sind 1.400. Ich brauche halt noch mehr Galieren. So schnell, so viel traden, wie ich kann. Wow. Reicht halt nicht, um ne Galiere auszubilden, ne? Okay, 19.000, 45.000. Die haben immer noch deutlich mehr Weg. Schau mal auf. Ich kann mal vielleicht... Ich probiere das jetzt einfach mal. Bricks. Ne, ich verstehe das nicht. Ich brauche noch mehr Trading-Posts. Ja, ich muss halt mehr HP haben, wie die, basically. 3-Defense, 0-Defense, 8-Attack. 85-Attack. Okay. Okay. Okay, pass mal auf. Ich brauche das Bywood-Dings gerade echt nicht mehr. Die Granaries brauche ich auch gerade nicht. Was habe ich da noch für Karten, Master, für Gold... Okay, die Goldmine behalte ich. Äh, Iron-Tools gehen für den meisten weg, ne? Okay. Gut, die Viva, sie müssen nur lang genug durchhalten. Bis die nächsten zwei fertig sind. 12.000 hab ich. Die haben auch 40.000. Okay, aber das ist ganz gut. Ich mach mehr Damage wie der. Hab drei Defense. Wow. Ich brauche eine Defense-Unit. Aber hab ich noch nicht, ne? Defense 3. Ja. Äh, nicht so wirklich. Okay, ich hab mehr Attack-Pack mittlerweile wie er auch. Ja, ich muss dreimal... Okay, verstehe ich jetzt nicht, aber egal. Ich weiß nicht, was die Pumpe bringt. Card-Inventory. Ich mach mal Militär. Bin jetzt grad Intuit. Ich weiß nicht, ob die Galerien so die Besten sind hier. Okay, ich hab auf jeden Fall gleich noch eine fertig. Äh, Wolle. Bringt zwar nicht viel, aber weg damit. Noch einiger Leere rein. Ich mach nur 325, nicht 308, äh, 40 Damage. Warum? Wir machen mittlerweile weniger Damage. Das ist schon mal gut. Äh, ja, gut. Ich weiß immer noch nicht, ob ich das gewinne. 35 Militär-Milizer-Dinger. Ne, ich brauche noch mehr von... Allem. Äh, Gott. Ich bringe mir halt nur die Galerien grad was eigentlich. Alle anderen haben... ...nicht genug HP einfach. Obwohl, das Swordsman hat tatsächlich ganz schön viel HP. Aber nur eins und sich Attack. Ich warte auf noch eine Galere, ganz ehrlich. Ich kann ja einfach nochmal traden. Dann noch eine Galere machen. Und... Ne, Swordsman reicht's tatsächlich nicht. Äh, das nervt. Ich hab irgendwie 10 schon weggemacht. Von den Typen. 11. Die haben auch schon... ...vier Galeren oder so besiegt. Defense. Okay, Musketier sind Defense. Einheit. Oh, die Fregatte. Oh, die Fregatte. Ich will die Fregatte. Gib mir die Fregatte. Okay. Ist die, äh... Das Weingut eigentlich fertig? Okay, das war nur Gold. Ja. Pass mal auf. Äh... Ja, Reinforce. Galere, rein da. Oh, die Trauben sind ja geil aus. Oh, geil. Oh, jetzt cleverer bauen sollen so. Egal. Ja, wo ich krieg... Warehouse ist zwischen rein. Das ist ganz gut. Theoretisch auch ein Haus, aber da ist es halt nicht so besonders happy, ne? Na. Warehouse ist hier noch irgendwo hin. Sehr gut. Oh, ich hab kein Geld mehr. Ah, ich sollte auch kein Geld für Quick Builds verschwenden, tatsächlich. Iron Tools bringen noch relativ viel. 7000, das ist schon ganz gut. Ich kann auch mal noch 200. Ne, ich spare das Geld lieber. Also... Echt viel Galeren, das ist... 27.000, okay. Trotzdem noch weniger HP. 13.000. Ich mach auch mehr Damage. Das ist gut. Eigentlich. Peak Ranch, sowas brauche ich alles nicht. Gib mir noch Geld. Oh, das ist nochmal ein Haus. Lille 5 gleiche. Holy shit, das sind so viele Häuser, die so heißen. Wieviel Stein habe ich? Okay, genug, um beide zu upgraden. Und ich sollte... Vielleicht... Wodka. Wodka Distillery mal... Über den Beekeeper setzen, irgendwie sowas. Okay, das sind 12.000 stehen hier, aber hier stehen 24.000. Hä? Ja, ich baue auf... Die eine Galeere, die ich noch baue, brauche ich auf jeden Fall noch. Und ich baue danach auch nochmal welche. Ich baue auf jeden Fall nochmal eine. Weil der Musketier wird nicht schnell genug fertig. Oh, meine Befriedenheit. Oh. Oh. Was ist eigentlich mit ihm hier? Ach du Schande, was ist das denn? Level 7 Häuser? Oh mein Gott, sind... Oh mein Gott, warte mal. Oh. 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 ja okay ich glaube die fünf schaffen das tatsächlich ich kann auch keine mehr ausbilden kann noch was verkaufen mal wieder ich verkaufe jetzt weizen und das mal jetzt nur damit weil es eine arbeit dazu nicht ja es schaffen wir oder ich glaube es schaffen wir jetzt mit den vier stück schaffen das voll weil die machen mittlerweile deutlich weniger der match nicht mal immer noch genauso viel der mensch war ich drei galären oder vier oder sowas nachgeschoben habe es war ganz schön geld intensiv die möchten jetzt aber noch voll sehen okay witzig auf drei fahrgeschwindigkeit alles machen wir noch die folge hätte ich gesagt hier einst luxury ist übrigens nichts mehr da also würde mich nicht wundern wenn da irgendwann mal jemand aussteigt das wird jetzt natürlich auch ein autosave einfache geschwindigkeit kümmer oder was weg train noch mal kurz da jetzt ist kann nicht so ums geld sondern einfach meine lage ein bisschen leerer zu kriegen ich glaube dass die hier das locker schaffen also da stirbt vielleicht noch eine wenn ich pech habe aber ich mache halt immer noch 325 der match und die waren 100 der match ja 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 das sollte ich gewinnen happiness ist by the way auch nice gehen muss 96 der match okay ja 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 das schaffe ich voll jetzt mal ja diese folge für fertig upgrade okay müssen vielleicht noch mal häuser bauen ich weiß nicht ob es so clever ist die hier zu bauen aber auf jeden fall noch mal eine leere bauen wenn ich es mir leisten kann ich glaube aber nicht dass ich die hier investieren muss ich glaube die eine stirbt noch dann mache ich ein bisschen weniger damage das geht dann das geht dann ein bisschen langsamer wo ich weiß nicht mal ob die stirbt dann nicht so ganz sicher wenn man noch 60 der mensch ja doch ich glaube schon aber ich brauche definitiv nicht mehr die eine stirbt noch ja 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 ich mache gleich ein bisschen weniger damage die eine stirbt jetzt noch die hat doch den einen hit überlebt ja das ist okay ich weiß überhaupt nicht ob ich diese wieder zurückkriegt die da drin sind ich hoffe es aber ich setze jetzt keine neue ein das braucht dann halt jetzt noch einen moment länger wenn ihr nichts mehr anderes sehen wollt ich mache in der folge nichts mehr also es wird nichts mehr passieren außer dass ich das hier fertig mache vielleicht kriegen wir das coole gebäude ich glaube es nicht ich glaube dass das abwarten um unser land vermutlich mal oder gar schlimmer wir müssen es noch einkaufen das land ja immer nur 244 der match aber wir machen 29 der match das heißt das stirbt nichts mehr von uns okay was wir machen könnten ist schon mal das hier vorbereiten für wir können stein können ja steinstraßen bauen okay brauch stein macht sinn coffee roaster ganz ehrlich machen wir mal gold ohne kommen wir machen das theater so ein theater um das theater ha okay das das war's army hp zwei schüsse die folge ist ein bisschen länger tut mir leid aber oh oh okay wir haben 90.000 dollar oh what oh what okay okay es hat sich dann doch gelohnt wenn man die galerien wieder zurückgekriegt und 90.000 dollar von von dem okay okay ja nehme ich mit okay dann würde ich sagen nächste folge schon was ich weiß nicht was ich dass das was das da jetzt noch ist ist da kann ich da da kann ich wahrscheinlich dann nachher nicht bauen einfach oder ja das ist einfach nur das ist einfach nur übrig non tribe 5.000 income plus 18 relationship 0 von 100 ja ich weiß nicht warum was da passiert ist ja gut ich würde sagen mit dieser riesen sensation dass man ein Dörfer einnehmen kann verabschiede ich mich in der nächsten Folge ciao ciao